Es war ein kühler Herbstabend, als Markus, erschöpft von einem weiteren anstrengenden Arbeitstag, durch die schwach beleuchteten Straßen nach Hause ging. Die Stille wurde von einem leisen, verzweifelten Miauen durchbrochen. Neugierig blieb Markus stehen und lauschte. Das Geräusch führte ihn in eine schmale Gasse, wo hinter einer Reihe von Mülltonnen ein zotteliges Kätzchen saß, zitternd und mit großen Augen, die eine Mischung aus Angst und Hoffnung ausstrahlten. »Na, kleiner Freund«, murmelte Markus und hockte sich hin. Das Kätzchen zögerte kurz, bevor es plötzlich auf ihn zuschoss, seinen Arm hochkletterte und sich mit erstaunlicher Geschicklichkeit auf seiner Schulter niederließ. Dort begann es leise zu schnurren, als hätte es genau das gefunden, was es gesucht hatte. Zu Hause bereitete Markus ein provisorisches Bett für das Kätzchen vor. Das kleine Wesen verschlang mit unbändiger Gier einen Teller Thunfisch, als hätte es tagelang nichts gefressen. Markus konnte nicht anders, als zu lächeln. Entschlossen, den Besitzer zu finden, verbrachte Markus die nächsten Tage damit, Vermisstenanzeigen in der Nachbarschaft aufzuhängen und die Anwohner zu befragen. Doch niemand meldete sich. Tage wurden zu Wochen und Markus erkannte, dass das Kätzchen, das er Scout getauft hatte, wohl bleiben würde. Scout wurde schnell mehr als nur ein Gast. Er wurde Markus ständiger Begleiter. Die einst stille Wohnung war plötzlich erfüllt von Leben. Scout jagte Sonnenstrahlen über den Boden, machte aus herumliegenden Socken seine größten Schätze und begrüßte Markus jeden Abend mit freudigem Schnurren. Eines Nachts saß Markus auf seinem Balkon, Scout eingerollt auf seinem Schoß und dachte darüber nach, wie sehr sich sein Leben verändert hatte. Vor Scout hatte sich seine Wohnung wie ein bloßer Aufenthaltsort angefühlt, nicht wie ein Zuhause. Scout hatte seine Einsamkeit in etwas Lebendiges verwandelt, seine Tage mit Sinn und Freude erfüllt. Markus lächelte, während er Scouts weiches Fell streichelte. Ich glaube, du hast mich genauso gefunden, wie ich dich gefunden habe, flüsterte er. Scout antwortete mit einem zufriedenen Miau, als würde er ihm vollkommen zustimmen. Durch ihre Verbindung erkannte Markus, dass Familie nicht immer die erwartete Form hat. Manchmal ist es ein kleines, zotteliges Kätzchen mit einem großen Herzen, das in dein Leben klettert, wenn du es am wenigsten erwartest. Wenn diese Geschichte dein Herz erwärmt hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like dazulassen und sie mit anderen zu teilen. Hast du selbst schon einmal eine ähnliche Erfahrung mit einem geretteten Tier gemacht? Teile deine Geschichte in den Kommentaren. Wir würden uns freuen, sie zu hören. Gemeinsam können wir mehr Menschen dazu inspirieren, Tieren in Not eine Chance auf ein neues Zuhause zu geben. Tieren in Not eine Chance auf ein neues Zuhause zu geben.